Der Meerschweinchenkäfig kleine Pipi ist wohl der beliebteste unter den Gehegen des Herstellers. Einfach und dennoch schön. Hier wird sehr viel Wert auf eine hochwertige Verarbeitung gelegt. Alle Modelle von Happy Naga werden in Deutschland und in Handarbeit hergestellt, es handelt sich um keinen billigen China-Import. Schrauben in der Front, billige Holzteile oder unsauber geschliffene Kanten findest du an den Käfigen von Happy Naga nicht. Schon bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, dass alle Befestigungselemente ein unauffälliges Dasein fristen. Den Meerschweinchenkäfig Pipi bietet der Hersteller in drei verschiedenen Größen an. Er ist kinderleicht zu reinigen, tierärztlich geprüft und natürlich Qualität made in Germany.